Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es um die AIDA Premium Leistung. Und zwar bin ich jetzt mehrere Male auf diversen Kanälen angesprochen worden, ob es denn korrekt ist, dass die Sitzplatzreservierungen bei AIDA Cruises auch im Premium Tarif in Zukunft zu zahlen sind. Ja, das vorab ist korrekt. AIDA hat das alles ein bisschen geändert und sagt, dass aufgrund der verschiedenen Varianten an Sitzplätzen, die man reservieren kann im Flugzeug, die Preise komplett variieren und man damit kein einheitliches Preissystem abbilden kann. Weshalb mit dem Katalog Februar 2020 bis April 2021 die Sitzplatzreservierungen, die inkludierten Sitzplatzreservierungen für die Premium Bucher wegfallen. Im Detail sagt AIDA dazu, wir haben eine E-Mail geschrieben, als AIDA Premium Gast genießen Sie bei jeder Cruises volle Flexibilität, besten Komfort und besondere Vorzüge. Das war bisher auch so, jetzt kommen wir aber dazu, was wegfällt. Die Preise für vorab präservierte Sitzplätze werden durch die Fluggesellschaften sehr verschieden gestaffelt. So gibt es zum Beispiel unterschiedliche Preise für die ersten Sitzreihen, Plätze am Fenster oder mit mehr Weinfreiheit. Diese vielfältigen Varianten sind zukünftig nicht mehr über ein einheitliches Preismodell abzubilden. Mit der Aufhebung dieser AIDA Premium Leistung möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, individuell zu entscheiden, welche Leistung Sie in Anspruch nehmen und zahlen möchten. Ich würde mir tatsächlich verarscht vorkommen bei dem Satz, weil vorher war das inkludiert und ich konnte es mir auch aussuchen. Es hat sich nichts geändert, ich kann es mir immer noch aussuchen, muss es aber zusätzlich bezahlen. Also ist ja nicht so, dass man da jetzt einen Mehrwert dadurch bekommen hat, wenn man mal ehrlich ist. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin Ihre Sitzplatzreservierungen über uns vornehmen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir Ihnen die Gebühren der Airline nun in Rechnung stellen müssen. Diese Änderung ist gültig für alle Reisen aus dem neuen AIDA-Katalog Februar 2020 bis April 2021. Ja, unterm Strich heißt das ganz einfach, AIDA Premium Leistungen sind reduziert worden. Es ist so, dass die AIDA-Sitzplatzreservierungen wegfallen. Ihr müsst sie jetzt einfach selber bezahlen. So, das ist die ganze Message und damit ist dann auch die Frage beantwortet, die mir kontinuierlich seit zwei Wochen und fast jeden Tag mehrfach gestellt wird. Ja, die Sitzplatzreservierungen fallen aus der Premium Buchen raus, ihr müsst sie selber bezahlen. Das war es auch schon wieder gewesen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.